Hey, meine lieben Schlafversuchenden Und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Sailor Dream ASMR Und natürlich herzlich willkommen zum heutigen Mugbang-Mittwoch Ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon erkannt Und zwar essen wir heute einen Apfelstrudel Apfelstrudel Und Leute, ich freue mich so sehr da jetzt rein zu beißen Das duftet so schön weihnachtlich Ist echt der Wahnsinn Ich glaube, das wird heute eine richtige Herausforderung, das zu verspeisen Weil das halt so eine, ja, komische Konsistenz hat innen drin Und dann noch dieser Blätterteig dazu Ich glaube, das wird ein bisschen, ja, eine Herausforderung Aber wir schauen mal Ich habe extra zwei Gabeln hier Falls ich das so auseinanderziehen muss Und ja, ich würde einfach direkt sagen Let's go So, meine Lieben Wie gesagt Ich habe zwei Gabeln am Start Einfach zur Sicherheit Ich versuche euch das mal ein bisschen zu zeigen So sieht das aus Ja, jetzt kommt sogar der Apollo Und wie ihr gesehen habt Da habe ich ein Teil des Apfelstrudels schon aufgeschnitten A, weil ich ihn nicht mehr schaffe Und B, weil ich meinem Freund versprochen habe Ihm was übrig zu lassen Also mache ich das natürlich auch Und ja, ich werde es erst mal mit der Hand versuchen zu essen Vielleicht klappt das ja ohne Kabel Also, guten Appetit Oh, das ist noch warm Okay Esst ihr auch Apfelstrudel, wenn ihr habt Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare Also, das ist noch aufgeschnitten Das ist jetzt noch sehr gut Bis zum nächsten Mal Aufgeschnitten Wenn es noch was ich die Oh, meine Lieben Absolut lecker. Und der schmeckt echt so krass weihnachtlich, wirklich. Okay, wenn ich das mit der Kabel mache, dann kommt erst recht alles raus. Das sind die Apfelstückchen. Ich denke mal, dieses weihnachtliche kommt durch den Zimt noch dazu. Oh, lecker. Okay. 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 Ja, vor zwei Tagen, ja vor zwei Tagen war das, war ich das erste Mal auf TikTok live, Leute. Ich war so aufgeregt. Ich war so aufgeregt. Ansonsten Und ich meine, klar, ich kenne das mit dem Live-Gehen von Twitch, aber TikTok ist halt eine andere Plattform und da sind gleich viel, viel mehr Leute drin am Anfang gleich, deswegen lässt man sich erstmal dran gefühlen. Ich muss aber auch sagen, es mag ganz schön saat. Heute gab es auch was Leckeres bei mir zu essen zum Mittag und zwar so Geschnetzeltes mit Kroketten dazu, oh so lecker. Also Sahnegeschnetzeltes. Halleluja besagt, meine Güte. Der Bolle guckt mich total so an, so gibt mir auch was ab. Aber nee, das darf er ja nicht. Okay, meine Lieben. Wie schon vorher angenommen, habe ich bloß die Hälfte geschafft. Aber gut, das macht doch wirklich sehr, sehr satt, wirklich. Also, oi oi oi. Heute brauche ich kein Abendbrot mehr, definitiv nicht. Und ich hoffe, das heutige Video hat euch wieder gefallen. Beim nächsten Mal gibt es auch wieder etwas Herzhaftes auf jeden Fall. Und ja, ich werde jetzt gleich noch ein weiteres Video für euch drehen. Seid gespannt drauf. Und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.